Herzlich Willkommen zurück in der nächsten Folge, jetzt über unserem doch sehr gut laufenden Bahnhof. Ich sehe da gerade ziemlich viele Leute rauskommen, das gefällt mir. Eine kleine Fußgängerbrücke oder ein Tunnel, wahlweise müssten wir nochmal eben kurz bauen, denke ich mal. Weil die rennen jetzt alle hier auf der Seite rum, wenn sie da rüber wollen, wird es da hinten wahrscheinlich ein Verkehrschaos geben. Das heißt, wir springen mal eben direkt hier rein und bauen eine Brücke, denke ich mal, erstmal hier drüber. Mit am besten auf der Seite dem Aufgang. Zock, ähm, nach oben, so. Das geht nicht, warum geht das nicht, weil das noch zum Bahnhofsgebäude gehört. Ähm, ich bräuchte bitte einen Bogen. So, den ziehen wir jetzt hier so direkt rum, bis nach da kann ich das. Der kann dann ruhig hier so rüber, über die Straße. Und den bauen wir dann nach unten wieder, genauso wie wir ihn nach oben gebaut haben. Einfach so. Dann haben wir da nämlich einen Übergang über die Autobahn, äh, über die Autobahn, über die Straße. Und die Leute können auch die Straßenseite wechseln, wenn es nötig ist, ohne dass sie hier überfahren werden. Laufen wir schon ein bisschen drüber? Ich sehe es ja immer ganz gerne, wenn man denn sowas baut, wenn die Leute dann auch wirklich drüber laufen, das Ganze auch wirklich benutzen. Im Moment sehe ich da jetzt noch keinen, aber die ist ja auch gerade erst gebaut. Das heißt, wir müssten dann wahrscheinlich einfach nur einen kleinen Moment warten. Dann rennen da bestimmt auch ein paar Leute lang. Im Moment stehen hier so ein paar nach Kreuzung, nicht allzu viele. Das ist okay. Joa, doch, das sieht gut aus. Ähm, Müll hatte ich letztes Mal gesagt. Ne, Müll ist okay. Ich dachte schon, weil ich ja zwei Müllhalden abgerissen hatte, dass ich damit hier ein Problem verursache. Aber nein, das scheint bis jetzt ganz gut zu funktionieren. Das können wir erstmal so alles lassen. Das ist jetzt sechsspurig in jede Richtung. Wir könnten das natürlich auch wieder downgraden. Dann hätten wir Bäume in der Mitte. Sehe gerade hier wenigstens sehr schön aus. Können wir eben einmal vorführen, auch wenn es Geld verschwindet ist. Ich weiß, aber ist egal. So, wenn ich das jetzt hier nämlich mache, dann haben wir hier wirklich so ganz getrennte Spuren zwei Stück. Das sieht zwar toll aus, aber leider ist es verkehrstechnisch, glaube ich, nicht so clever, das hier jetzt zu machen. Deswegen baue ich es jetzt zurück. Aber es ist ganz nett, finde ich. Auch wenn es eigentlich hier noch mit zwei Spuren reichen würde. Einmal rechts, einmal links. Obwohl, jetzt haben wir einmal rechts, einmal links, einmal geradeaus. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Aber die fahren auch auf der geradeaus. Ah, okay. Aber immerhin scheinen sie sich mittlerweile einzusortieren, wenn sie irgendwo abbiegen wollen. Das scheint doch schon mal gut zu sein. Und sie stellen die Kreuzung nicht zu. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir doch schon mal. Hier oben baut sich gerade alles wunderbar aus. Und wir brauchen definitiv mehr Wohngebiete, bevor wir hier groß weitermachen können. Da hinten brennt es, aber die Feuerwehr kümmert sich schon drum. Ja, das sieht doch wirklich erstaunlich gut aus. Wie sieht es denn aus mit dem Leichenproblem hier oben, mit der Medizin? Das war diese Karte. Bestattungswesen. Naja, also perfekt ist was anderes. Aber wir haben auf jeden Fall kein riesiges Leichenproblem. Wie sieht es denn in der restlichen Stadt damit aus? Eigentlich ganz gut. Hier außen ist es ein bisschen schlecht. Ansonsten sieht es in der ganzen Stadt eigentlich ganz passabel aus, würde ich sagen. So, ja, doch, würde ich sagen. Ist okay. Und wie hatten wir die Gebiete hier ausgewiesen? In der Mitte, das ist ein Ring nur mit Commercials. Und hier außenrum werden die Wohnviertel immer mehr, immer zahlreicher. Dann könnten wir jetzt hier das Ganze ja noch ein bisschen weiter bauen. Noch haben wir ja ein bisschen Platz. Hier wird dann der Anschluss an die Straße natürlich schwierig. Da müssten wir dann das ein bisschen anders bauen. Da habe ich aber auch schon eine Idee. Das Blöde ist nur, hier stehen jetzt gerade die Feuerwehr und sowas dann im Weg. Was? Ein Verstorbener muss transportiert werden. Auf der Polizeiwache? Das ist ein normales Haus. Da kommen wir dran. Hm, das Krankenhaus. Das könnte ein kleines Problem werden im Moment. Wir müssen das versetzen. Wie weit könnten wir das denn versetzen? Ich muss das hier auf oben sehen. Passt da eine Straße dazwischen? Ich glaube, ja. Wir machen das mal. Versetzen wir das ein Stück. Hört auf zu jammern. Ihr habt alles wieder gekriegt. Können wir die Polizeiwachen noch nach außen schieben? Ja, doch, das geht. Die können wir bis da noch nach außen schieben. Dann stellen wir die auch da hin. Dann haben wir hier die Polizeiwache. Was ist das denn? Das war die Feuerwehr. Okay, Polizeiwache könnten wir auch noch ein Stückchen nach außen schieben. Bis da, dann machen wir das auch noch eben. Ich brauche hierzwischen ein bisschen Platz, deswegen mache ich das. So, und würde dann gerne erst mal zumindest noch mit diesen Straßen arbeiten. Würde die dann hier ganz gerne rausziehen. Rechts und links. Wobei, ja doch, ist okay. Würde ich dann gerne hier so ein Stückchen gerade rausziehen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier so irgendwie in der Art und Weise... Na, so... So, so... Okay, komm, mach'n Knick. So. So, und dann wieder da hin. So, dann haben wir die hier angeschlossen, rechts und links. Ich möchte hier eigentlich keinen geradeaus Verkehr. Die sollen eigentlich nur rechts oder links dürfen. Aber das kann ich ja leider im Moment nicht wirklich beeinflussen. Ich hoffe mal, das funktioniert halbwegs. Und die fahren hier nicht geradeaus. Weil sonst kommen wir hier nicht hin, weil wir hier keine Straßenanbindung mehr bauen können. So. Weil da ja der Tunnel ist. Und den konnten wir auch nicht hier an die Kante bauen. Sonst hätten wir hier so eine Monsterbrücke hinstellen müssen. Und das sieht ja auch immer blöd aus. Das heißt, wir sind so eigentlich ganz gut im Moment. Jetzt müsste ich einmal mit... Am besten, glaube ich, dem Bautool hier dran gehen. Und müsste mal einmal gucken. Wenn ich das hier so in etwa... Nein. So in etwa anschließe. Dann müsste das gehen. Die muss ich auf jeden Fall noch weiter rausziehen, die Straße. Geht das denn? Könnte schwierig werden, aber müsste eigentlich noch gehen. Ich hoffe mal, wir bauen hier keine Brücke, wenn ich hier in den Hang reinbaue. Nee. Keine Brücke. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das könnte funktionieren, hier ein paar Häuser in Hanglage reinzustellen. Das ist ja so gerade das, was ich versuchen möchte. Von da etwa... Na, vielleicht gehen wir von da. Nach da und dann... Nein. Was ist das? Böses Bautool. Okay, dann machen wir das wieder damit. Wenn das Bautool nicht so möchte, wie ich will, dann mache ich das anders. Dann bauen wir das jetzt so. Okay. So. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Jetzt müssen wir das hier natürlich noch mal machen. So, bis da. Bis da. Bis da. Und bis da. Haben wir hier so ein bisschen Terrassenbau, so wie es aussieht. Das könnte ganz gut werden. Da geht das natürlich jetzt nicht mehr, weil der Hang da zu steil wird. Das heißt, wir müssen jetzt von der Seite hier anfangen. in den Berg zu bauen, so weit es geht. Das können wir dann ja auch noch wieder abreißen, wenn es zu lang wird. Und bauen dann jetzt hier noch so bis an die Kanten, wo es denn halt geht. So weit, wie es eben geht. So weit, wie es ist, ist das auch noch ein Brachfehler? Nee. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich bin einfach nur müde, weil ich in letzter Nacht nicht sehr wirklich viel gestorben habe. Und es ist schon wieder fast zu spät. Äh, es ist jetzt gerade 20 vor 12, um genau zu sein. Und, äh, naja, so langsam könnte ich mich ruhig dem Ende nähern, auch wenn die Ausnahmesession noch nicht die längste ist. Das ist mir gerade relativ egal. Ich bin trotzdem ziemlich müde. Aber egal. Irgendwann muss ich halt aufnehmen. Und, äh, jetzt war gerade Zeit und ich hatte gerade Bock drauf. Also nutzt man die Gelegenheit, nutze ich die Gelegenheit doch mal ganz gerne. Und, äh, nehm dann auch so viel auf, wie irgendwie möglich. Ja, 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 da ist die Geländegrinze, ist mir klar. Aber die wird ja über gewisse Zeit hinweg vielleicht verschwinden. Und darauf setze ich gerade so ein bisschen. Hier müssen wir dann jetzt dasselbe machen wie an der anderen Seite. Da müssen wir die Straße mal eben erweitern. So weit wie es geht ohne da. Aber, ah, das ist nur so ein... Oh, da geht's nach unten. Ich dachte, das geht nach oben. Das sah von hier gerade aus, als würde es nach oben gehen. Ja, das wird dann auch ein bisschen spaßig. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Setze ich in etwa da an. Ich baue mich dann hier so raus, so in diese Richtung hier. So, da können wir so raus und nach da drüben. Snapping ist nicht an, also warum snappt er da schon wieder? Nicht snappen, also. Da kommen wir schon wieder an die Außengrenze. So, jetzt ein bisschen Winkelspiele. Das wird jetzt ein bisschen lustig. Dann bauen wir das schon mal so weit wie es geht. Wie gesagt, wenn wir das irgendwann dann mal erweitern können, noch das Gebiet hier hin, wenn wir dafür noch Zeit und Geld haben und dann irgendwann auch mal die Genehmigung zum erweitern, dann tun wir das natürlich auch. Haben wir denn noch irgendwelche... Ups, nein, falsch, da wollte ich nicht hin. Sachen, die wir bauen können, außer einer Freiheitsstatue. Mein Gott, wir können ja auch eine Freiheitsstatue hinbauen, aber... Ich hätte da vielleicht was anderes im Sinne, was man da hinbauen kann. Statue der Industrie, naja. Das ist Wohlstands, das passt da schon eher hin. Shopping? Nee. Platz der Toten auch nicht. Dann den Wohlstand, wenn denn. Was haben wir denn sonst noch? Der Transportturm? Nee, lieber nicht. Quelle von Leben und Tod, äh, Kunst. Freundlicher Stadtpark? Nee, das haben wir schon. Da geht noch nie, da geht noch nicht. Wir könnten ein... Oh, wie groß ist das? Das, äh, das wäre gar nicht mal schlecht, wenn wir hier oben ein Opernhaus hinbauen. Können wir das nicht drehen? Nee, das baut sich automatisch da hin. Also, wenn wir hier jetzt in, quasi in den Park ein Opernhaus bauen, ich glaube, das könnte verdammt cool werden. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Aber wir nehmen mal einmal das Straßenbautool. Und dann bräuchten wir mal... Nehmen wir da was Großes? Bauen wir da sowas hin? Ja, ne? Dann nehmen wir das gerade Bautool. Und ich hoffe mal, ich baue jetzt nicht total falsch. Aber in etwa so müsste das passen. Da so eine Straße rein. Und dann gucken wir mal. Das müsste gehen, hoffe ich. So, passt das? Ja, siehst du, passt doch. Bauen wir da nämlich so ein kleines Opernhaus hin, hier oben auf dem Hügel. Haben wir sonst noch was Schönes? Was gibt es denn hier noch? Wissenschaftszentrum hier lieber nicht. Expo Center wäre auch nicht schlecht, wenn wir das hier irgendwo hinbauen könnten. Am besten hier hinten in der Nähe des Bahnhofs. Am besten direkt gegenüber. Das wäre gar nicht schlecht. Hier direkt gegenüber. Yo, machen wir. 100.000. Expo Center. Ja, ja, Strom. Bla, bla. Hier hinten ist Strom. Hol dir gefälligst. Da liegt Strom. Hol dir vom Bahnhof. So. Mensch, stell dir nie so an. Dann haben wir da nämlich noch die Oper. Also ein bisschen Kultur auf der Seite. Und Expo direkt am Bahnhof hier auf der Seite. Das heißt, das sollte ganz gut funktionieren, denke ich. Da drüben könnten wir mal noch eine Fußgängerbrücke hin zaubern jetzt. Das werden wir sie nämlich brauchen. So, das bauen wir mal nach hier so. Äh. So, das geht dann bitte nach da drüben. Über die Autobahn. Hier auch über die Autobahn. Und da runter zum Expo geladen, ne? Denn da werden garantiert genug Fußgänger rumlaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dasselbe machen wir dann hier nochmal. Ups, falsche Richtung. Ach, lieber von da so. Oder mit so einem leichten Boden. So in diese Richtung. Äh, das möchte nicht funktionieren. Okay. Dann müssen wir uns das anders bauen. Dann müssen wir es so wahrscheinlich bauen. Irgendwann es funktioniert. Ich will da keine Säule haben. Ich will mich da einfach mal anschließen. Komm schon. Oder können wir so uns da... Ne, dann bauen wir das da kaputt. Das funktioniert nicht. Ich wollte mich jetzt da anschließen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir das einfach. Dann haben wir da ja einen Übergang. Dann müssen die Leute halt drei Meter laufen. Tut mir leid. Ist dann halt so. Dann haben wir hier nämlich den Expo-Übergang. So, das Ding macht einfach nichts. Jetzt ist es ein Normalbetrieb. Und es zieht hoffentlich Besucher und Touristen an. Und die Oper hier drüben macht wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja, macht sie gut. Dann werden wir nämlich jetzt da noch das ein oder andere parkmäßige drumherum pflanzen. Irgendwas Schönes, was hier zum Kulturthema passt. Was haben wir denn da überhaupt? Gehen wir mal nach hinten. Einen Tennisplatz. Könnte man denn die Nähe bauen? Will ich aber nicht so ein Paradox Plaza. Naja, den japanischen Garten. Ach, warum nicht? Den können wir nochmal hier so einen kleinen japanischen Garten direkt gegenüber hinstellen. Dann haben wir noch einen Park mit Bäumen. Den würde ich gerne irgendwo hier noch... Ach, das ist das Ding groß. Den müsste ich hier eigentlich haben. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn da so hinkriege. Wenn ich den so da hinbaue, dann brauche ich da eine Straße oder zumindest einen Feldweg. Gucken wir mal. Wenn wir den von hier uns holen. Aber der Feldweg gilt nicht als Straße. Also brauchen wir den anderen Feldweg. Diesen. Das müsste gehen. Den ziehen wir dann hier so hinter. Bis nach da. Und dann gucken wir mal, ob der Park da dran passt. Ne, natürlich nicht. Der gilt zwar als... Ach doch, er passt. Haha. Dann machen wir da so einen Park mit Bäumen noch hin. So. Ist doch schon mal schick. Und da hinten könnte man noch so ein Tennisplätzchen hinstellen. So ein kleines irgendwo da. Oder da in der Kurve. Ja, da so in der Kurve würde ich sagen. Da ist so ein Tennisplätzchen noch. Dann haben wir hier noch einen Platz mit Picknick-Tischen. Den können wir da so hinbauen. Oder da. Oder da dran. Direkt daneben. Ne, direkt daneben ist doof. Dann lieber hier so in der Nähe der anderen Tennisanlage. Und den Paradox, den könnten wir hier direkt hinstellen. Haben wir hier so eine richtige Parkanlage. Machen wir rechts und links einen nehmen. Sollte ich die Grundstückspreise kräftig nach oben schieben. Und da machen wir dann auch Wohngebiete rein. Da jetzt direkt an dem Ring besser nicht. Sondern eher nur außen. Aber hier schon. Ich möchte nur an der Straße das dann nicht unbedingt. Da würde ich lieber Commercials oder sowas hinsetzen. Weil das passt besser zur Oper. Dass man da noch irgendwie, also nur geringe Dichte natürlich. Dass man da noch irgendwie ein Café oder sowas hat. Das würde ganz gut passen, denke ich. Da auch. Hier dann auch. Da machen wir so einen Commercial Ring hin. Und außenrum jede Menge Wohngebiet. Allerdings nur geringer Dichte. Hier möchte ich keine hohe Dichte eigentlich haben. In dem Bereich. Nicht hier so am Naherholungsgebiet mit der Oper. Außenrum da hinten in den Bereichen. Hier können wir das ruhig machen. Da soll es ja auch ruhig dichter werden. Aber hier um die Oper rum höchstens so ein, zwei Häuschen. Aber mehr auch nicht. Der Rest ist hier geringe Dichte. So hätte ich das zumindest gerne. Dass das in Natura meistens nicht so funktioniert. Das ist ja eine Sache. Aber das hätte ich gerne. Das ist so das, was ich mir hier gerade als Ziel setze. Und da ich hier der Chef bin, mache ich das jetzt auch so. Das ist der Vorteil, wenn man sich was so bauen kann, wie man möchte. Dann kann man das wirklich einfach so machen, wie man möchte. Erstaunlich, ne? So, dann. Hier ist alles noch gering gedichtet. Und da werden wir dann jetzt lustig zellenweise mal wieder genauso wie vorher. Mit der hohen Dichte ein bisschen durchlaufen. Die soll ja nach hinten hin immer mehr werden. Hier müssen wir das noch so ein bisschen streuen. Weil sich das ja hier erst so langsam rauskristallisiert. Und hier hinten hin darf es dann immer mehr werden. So. Da sind schon wieder, da will ich das wieder nicht, weil das ist hier so im Hang gebaut. Da möchte ich schon wieder nicht so viel hohe Dichte haben, weil das ist eher so willenmäßig, sag ich mal. So, da hinten darf noch so ein Block. Den Rest hier vorne, den können wir schon wieder schön mit der geringen Dichte zumalen. Da haben wir auch noch einen Block geringen zwischen. Sache, ich wollte das hier so ein bisschen gemischt haben. So ein bisschen realistischer wie so eine richtige Stadt. Nicht alles Einheitsklopp, alles ein und dasselbe. Sondern hier sind dann so ein paar gemischte Sachen noch dabei. Sollte das Ganze halbwegs realistisch machen. Ups. Hoffe ich zumindest. So, da kann wieder geringe Dichte drüber gemalt werden. So ein bisschen halt gemischt. Mal ein Hochhaus, mal was nicht so hohes. Das sollte doch ganz gut laufen, denke ich. So. Hier hinten ist auch schon alles ausgemalt. Dann müssten wir hier jetzt noch weiterbauen. Gucken wir mal. Die Folge ist noch nicht zu Ende. Jetzt habe ich ja wieder einen Timer und kann drauf gucken. Dann mache ich das nämlich auch mal ein paar Mal. Den habe ich nämlich gerade mal wieder sträflich vernachlässigt. Beziehungsweise vergessen. Dann nehmen wir wieder die. Das sind ja Wohngebietsstraßen. Ich glaube, das habe ich... Doch, hier habe ich es sogar gemacht. Hoho, ich bin schon fast stolz auf mich. Ich habe ja mal was richtig gemacht. Na. So. Da ist natürlich genau die neue Fußgängerbrücke. Es war fast irgendwie klar, dass sowas kommt, dass die dann im Weg ist. Dann muss ich sie leider nochmal neu bauen gleich. Jetzt muss ich erst mal die Straße hier hin. Die ist leider wichtiger als die Fußgängerbrücke, muss ich zugeben. Dann bauen wir die jetzt nämlich nochmal neu. So, von da nach da drüben. Ups. Warum geht das jetzt nicht? Die hatte vorher auch da gestanden. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ähm. Toll. Darum nicht, weil ich mich verklickt habe. Okay. Dann haben wir jetzt die Gelegenheit, das Ding nochmal neu zu bauen. Das war natürlich alles Absicht. So. 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 Dann haben wir das da angeschlossen. Das Brückchen ist wieder da, wo es hingehört. Die Leute können wieder laufen. Und dann machen wir direkt mit den restlichen Straßen weiter, soweit es hier noch geht. Wir kommen ja wieder in die Abhangsnähe. Und da ist jetzt, jetzt muss die Stromtrasse doch dann glauben, wie ich gerade so schön umschiffen wollte. Äh. Verdammt. Naja. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Wir haben ein Stromproblem, sehe ich gerade. Hier flackert eins rauf, oder es liegt da. Ah, nee. Das ist unsere Hauptstromtrasse. Deswegen hier oben kommt sonst gar kein Strom an. Ah. Hier ist ja nicht nur eine Haus-zu-Haus-Verbindung. Wenn da keine Verbindung an der Trasse ist, dann fällt hier oben allgemein der Strom aus. Das ist schlecht. Das meinte ich mit eine Versorgung alleine. Sich auf ein Bein stellen ist gefährlich. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Deswegen hatte ich immer versucht, möglichst mehrere Anschlusspunkte zu haben und nicht nur einen. Das möchte ich jetzt gerne hier auch wieder fortführen. Ich rufe dann mal hier außen mit einer Stromtrasse lang. Das kostet uns zwar ein paar Wohnhäuser, das ist mir klar. Aber lieber ein paar Wohnhäuser als jedes Mal ein Problem mit Strom. Dann haben wir hier außen zumindest auch nochmal einen Anschluss ans Stromnetz. Dann haben wir zwei Zuleitungen erstmal und hier oben eigentlich sogar noch eine dritte. Also das sollte ganz gut funktionieren. Hier springe ich jetzt nochmal mit einer Leitung ins Wohngebiet. Das wird sich nachher zwar ändern, aber dann haben wir jetzt drei Punkte angeschlossen. Von drei Seiten kommt hier Strom rein. Hier die Stromtrasse, hatte ich ja schon mal gesagt, könnten wir gerne jetzt mal ein wenig zurückbauen. Das war ja nur für die Anfangsphase, weil da drin sonst das Brandenburger Tor nicht versorgt wird. Hier wird es jetzt versorgt. Und dann können wir jetzt hier, glaube ich, auch wieder weiterbauen, ohne dass wir Energieprobleme haben. So, direkt an der Expo wohnen, das ist natürlich eher wie der Commercial-Gebiet. Das möchte keiner so wirklich direkt an der Messe. Das ist immer, naja, ein bisschen laut, würde ich sagen. Und sehr viel Fuß folgt. Da läuft viel rum. Das war jetzt nicht als Beleidigung gedacht, sondern einfach sollte heißen, sehr viele Leute, die da rumlaufen, ist keine ruhige Wohngegend. Vor allem viele Leute, die sich da nicht mal auskennen. Könnten wir jetzt hier nochmal so einen Abzweig eigentlich reinziehen, so nach hier oben. Der hier so ein bisschen der Linie folgt, wie das Ganze gebaut ist. Das können wir ja später, wenn es sein muss, nochmal zurückbauen. Aber jetzt finde ich das eigentlich hier ganz angemessen, den Platz so ein bisschen auszulösen, der da ist. So, da sind die Anschlüsse zur Autobahn. Da ist sowieso nicht so wirklich schönes Gebiet. Hier können wir dann direkt weitermachen. Jetzt ausnahmsweise auch mal gerade hell, wenn ich hier am Bauen bin, aber das hätte ich jetzt auch im Dunkeln gemacht. Da geht es abwärts. Ne, das ist noch auf dem Kamm hier oben. Oh, das ist jetzt eine schöne Straße. Direkt hier am Abgrund. So. Die läuft direkt auf dem Kamm und danach geht es dann nach unten. Jetzt müssen wir dann mal gucken, wie wir das hier verbinden, weil hier kann ich auf beiden Seiten nichts mehr machen. Das müsste ich eigentlich jetzt genauso machen, wie ich gerade schon angefangen hatte. Nämlich jetzt einfach so hier hinbauen und die dann untereinander verbinden. Die Straßen nicht mehr zur Hauptstraße runterbauen. So. Die Stromtrasse hier ist erstmal jetzt auch da. Die werden wir dann auch wahrscheinlich zurückbauen, wenn es soweit ist. Die würde ich dann nämlich gerne mit einem bisschen Winkel hier rumbauen und dasselbe gilt hierfür. Die kann ruhig ein bisschen darüber hinausragen, wenn da eine Brücke ist, macht das gar nichts. Aber es gibt gar keine Brücke, das geht auch so. Bzw. ich hätte da jetzt aber gerne eine Brücke, weil das, finde ich, müsste ganz gut aussehen, wenn wir da an der Hände sind. Das heißt, wir nehmen da jetzt mal die Straße und bauen uns einen nach oben. So, da müssen wir mal ein bisschen friksen, weil eigentlich möchte das Thule da gar keine Brücke haben, so wie es aussieht. Aber ich will. So. Da haben wir jetzt so eine kleine Brücke. Die hat da jetzt zwar so eine Welle drin, die ich eigentlich nicht haben wollte, aber ist halt so. Macht nichts. Hat was, finde ich. Doch, ist okay. Wenn wir die jetzt noch verbinden hier, damit wir den Verkehr wahrscheinlich ein bisschen weiter wieder an mein Lieblingswort entzerren können. Aber hier ist sowieso schon reichlich voll. Also der Verkehr hier, die Anschlussstücke werden schon gut benutzt. Auf der Seite ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Nö, hier geht's. Hier fahren zwar auch reichlich Leute rein, aber bei weitem nicht so viele wie an der anderen Seite. Gut, das ist ein Direktautobahnanschluss hier an beiden Seiten. Also die könnten durchfahren, wenn sie wollten. Das müsste eigentlich reichlich Verkehr abkönnen, das Stück. Aber irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass wir da über kurz oder lang eine Einbahnstraße draus machen dürfen, damit es nicht zu schlimm wird. Wir sind jetzt übrigens schon wieder über die Folge hinaus. Das heißt, ich mache jetzt hier am besten über der Expo. Ne, über der Oper hier ist schöner, denke ich mal. Ich will nicht über die Expo. Dann gucken wir uns das lieber hier so an als Endscreen. Ich glaube, das ist ganz okay. Hier haben wir jetzt zwar noch kein Wohngebiet ausgewiesen, aber das ist jetzt unsere Stadt. Das ist hier Berlin-Mitte und außen drum im Operngebiet. Ich kenne mich in Berlin nicht gut genug aus, um jetzt zu sagen, was das denn für ein Stadtteil passenderweise sein könnte. Weder von der Lage zum Stadtzentrum, noch von dem, was da drin gebaut ist. Müsste ich mich vielleicht mal ein bisschen schlau machen, aber das wird dann frühestens in der nächsten Aufnahme so sein. Und da werde ich es wahrscheinlich wieder vergessen. Aber es ist ja auch eigentlich nicht weiter schlimm. Ich bin hier auf jeden Fall erstmal wieder raus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, noch einen schönen Abend und ciao, ciao. Bis dahin, noch einen schönen Abend. Bis dann, noch einen schönen Abend. Bis dann, noch einen schönen Abend.